Na lo zusammen, hier ist wieder Eutjala und heute bin ich hinter für euch in Battlefest und unterwegs. Und zwar wollen wir heute mal wieder so ein kleines Mythic Plus Chest Opening machen. Heute nicht am Mittwoch, sondern am Donnerstag, denn ich hatte vor zwei Tagen am Dienstag meine OP mit den Weißer-Szenen und ja, das ist das erste Mal, wo ich jetzt wieder so ein bisschen versuche, den Mund ganz aufzukriegen. Deswegen höre ich mich vielleicht noch ein bisschen komisch an, deswegen gestern auch kein Stream und dementsprechend das Opening erst heute, weil ich schlicht gestern den Mund nicht aufgekriegt habe. Gut, jetzt würde ich sagen, gucken wir einmal in die Kiste rein, was ich gekriegt habe oder was ich kriegen werde. Ich habe letzte Woche mit meinem Ali-Char einen 9er zumindest gemacht. Ihr merkt euch mal jetzt jede Woche einen höheren mit dem Charm, mit dem Raid ich ja auch nicht. Der hat jetzt ein Item-Level von 3,64, also nicht sonderlich hoch, aber jetzt auch nicht ganz so low. Und was habe ich Tolles gekriegt? An dem Gürtel, 3,75. Ja, nice, mit Biss-Stats. Das Ding kann ich auf jeden Fall brauchen, das ziehen wir gleich mal an. Jetzt sind wir 3,65, das ist doch schon mal für einen Char, der nicht in den Raid reingeht, eine ganz ordentliche Sache. Mit dem habe ich, wie gesagt, jetzt immer nur einen loweren Key gemacht. Mythic Plus, der 9er war jetzt sogar der höchste, was ich mit dem gebastelt habe. Gut, freue ich mich auf jeden Fall, das ist ein super Teil. 3,80 wäre natürlich besser gewesen, hätte ich einen 10er gemacht, aber gut, ist egal. Ja, ich will da nicht immer so viel Zeit mit dem Char, äh, in Anführungszeichen, verschwenden. So, jetzt kommen wir zu meinem Raid-Char. Der ist, ähm, 3,80, ich glaube, ich habe letzte Woche, habe ich Gear Plus gemacht, ich bin mir gar nicht sicher. Ich glaube nicht. Das hatte ich letzte Woche auch schon. Und mit dem hatte ich, äh, was habe ich denn gemacht? Ich glaube, einen 10er habe ich gemacht, oder? Sieht man das? Ne, warte, wo war das drin? Hier war das drin. Alles egal. Oh, ich habe einen Trinket gekriegt. Was habe ich denn für einen Trinket? Ein 3,80er Trinket mit, ähm, Versa, was ich aktivieren kann. Oh, das ist gar nicht schlecht, was kann ich da wegtun? Ähm, ich habe schon zwei relativ gute. Ich habe einmal die Kanone, die quasi 3,85 ist und dann einmal hier, ähm, ein anderes Trinket, was ich benutzen kann, was ein Millihit ein bisschen mehr Schaden macht. Ich nehme an, dass das stärker ist, vor allem auch defensiv, weil ich dann mit Versa auch noch ein bisschen weniger Schaden kriege. Mein Itemlevel hat das jetzt nicht sonderlich erhöht. Dafür hätte ich jetzt eine Brust kriegen müssen oder Hände, Schuhe sind auch noch niedrig, aber sonst ist eigentlich das meiste schon, wie ihr seht, bei dem Char auf 3,80 aufwärts. Also da habe ich gar nicht mehr so viele Items, die, die drunter liegen. Ja, ist auf jeden Fall nicht schlecht, das Ding. Kann ich sicher bei dem einen oder anderen Boss brauchen. Ich muss mir mal, äh, durchsimmeln, wie es mit dem Damage aussieht. Aber ja, ist auf jeden Fall auch nicht schlecht. Jetzt habe ich, hier habe ich einen riesen Flitz 9er gekriegt und beim anderen Char müsste ich einen 8er Ki bekommen haben. Genau, Tempel von Citralis. Ja, zwei Items beim, ähm, Ali Char auf jeden Fall das coolere, weil es ein größeres Upgrade ist. Beim Horden Char ist sicher auch eine nette Geschichte. Und ja, dann, ähm, ja, war es das eigentlich auch schon mit dem Video. Ich muss gucken, dass ich aufhöre zu reden, weil mir mein Mund tut schon wieder weh. Und ja, wir sehen uns dann gerne im nächsten Video, euer Tla. Bis dann, äh, ciao.